Endlich, nach gefühlt Jahren, denn es sind Jahre gewesen, kam die Argo wieder zu Hause an und ankerte in Iolkos. Die Einwohner richteten eine riesige Feier für die heimkehrenden Argonauten aus. Die Parade ging mit dem goldenen Vlies die Hauptstraße hinab und sie hängten es am Marktplatz auf. Jason und Medea gingen siegreich in den Palast, wo der alte König Pelias nicht eben begeistert war, sie zu sehen. Gut gemacht, sagte er halbherzig. Also dann, okay, danke für das Vlies und so. Mein Thron, sagte Jason, das war der Deal. Ah, ja, der Thron, Pelias zuckte. Okay, kein Problem, wenn ich sterbe, bist du der nächste König. Was? rief sein Sohn Akastos. Was? rief Jason. Lasst die Feierlichkeiten beginnen, sagte Pelias. Jason war selbst schuld. Er hatte alles getan, was Pelias verlangt hatte. Aber der hatte nie genau spezifiziert, wann er Jason den Thron überlassen würde. Darum musste Jason jetzt, wer weiß wie lange warten. Du könntest den Thron mit Gewalt übernehmen, drängte Medea. Jason schaute böse. Hier ist nicht Kolchis. Wir töten einander nicht kaltblütig. Jedenfalls nicht so häufig. Na schön, sagte Medea. Ich bin sicher, der alte Mann stirbt eh bald. Medeas Ton hätte Jason eine Warnung sein sollen, dass sie etwas plante. Aber ich schätze, er wollte es gar nicht wissen. Ein paar Wochen später, nachdem die Festivitäten vorüber waren und Medea und Jason in den Gästezimmern des Palastes eingezogen waren, kam Jasons Vater Aison auf einen Besuch vorbei, obwohl er alt und klapprig war. Medea hieß ihn mit einem besonderen Geschenk willkommen. Sie hatte einen Trank gebraut, der seine alten Glieder wieder fit machte, die Kraft in seine Muskeln zurückkehren ließ und sein Leben etwa zehn Jahre verlängerte. Am Ende seines Besuchs warf der alte Mann seinen Gehstock weg und beschloss, nach Hause zu joggen. Die Töchter von Pelias waren so beeindruckt, dass sie zu Medea gingen. »Wow, deine Magie ist der Hammer!«, sagte Alkestis, eine der Prinzessinnen. Medea lächelte. »Danke, meine Liebe.« »Könntest du sowas auch für unseren Dad machen?«, fragte Alkestis. »Der Arme hat wirklich schlimme Arthritis und Pusteln im Gesicht und noch ein Dutzend anderer gebrechen. Wir würden ihn als Geburtstagsüberraschung echt gerne wieder jünger machen.« »Wie, wie reizend!« In Medeas Hirn wirbelten die Möglichkeiten. »Leider würde euch nicht gefallen, wie man den Trank verabreicht. Es braucht großen Mut und einen starken Magen, um zu tun, was nötig ist.« Alkestis und die anderen Prinzessinnen schauten empört. »Wir haben Mut!« Medea tat so, als würde sie darüber nachdenken. »Ich werde euch zeigen, was getan werden muss. Aber ich warne euch, es ist eklig!« Sie nahm die Prinzessinnen in ihr neues Labor mit. Sie ließ die Wachen eine alte Ziege aus den königlichen Ställen bringen. In der Zwischenzeit ließ sie einen großen Topf mit Wasser über dem Feuer kochen. Sie murmelte ein paar Sprüche und streute ein paar magische Kräuter hinein. Die Wachen brachten ihr eine so alte Ziege, dass sie kaum mehr stehen konnte. Ihre Augen waren trüb und milchig. Ihr Fell war größtenteils ausgefallen. »Stellt euch vor, die Ziege wäre euer Vater!« sagte Medea den Prinzessinnen. Sie nahm ein Messer und schlitzte die Kehle des Tiers auf. Dann hackte sie es in Stücke. »Was machst du denn da?« kreischte Alkestis. Medea schaute mit blutverschmiertem Gesicht auf. »Ich hab euch gesagt, es ist eklig! Schaut einfach!« Sie sammelte die Ziegenstücke auf und warf sie in das kochende Wasser. Der Topf bebte. Eine junge Ziege sprang dampfend und blökend daraus hervor und hüpfte durch die Gegend im Sinne von »Autsch! Aua! Ah! Heiß!« »Das ist unglaublich!« sagte Alkestis. »Ja«, seufzte Medea, »zu schade, dass ihr niemals den Mut aufbringen werdet, das für euren Vater zu machen. Wenn doch, würde er noch weitere 40, 50 Jahre leben.« »Wir haben den Mut«, sagte Alkestis. »Gib uns die Magie!« Medea stellte eine Mischung harmloser Kräuter zusammen, Rosmarin, Thymian, ein bisschen Oregano. »Hier, bitteschön, viel Glück!« In jener Nacht setzten die Prinzessinnen einen großen Topf kochendes Wasser in der königlichen Küche auf. Sie sagten ihrem Vater, dass sie eine besondere Geburtstagsüberraschung für ihn hätten. Sie verbanden Pelias die Augen und führten ihn in die Küche. Pelias kicherte, erwartete ein paar Kekse oder vielleicht eine geschmacklos dekorierte Torte. »Ach Mädchen, das wäre doch nicht nötig gewesen.« »Überraschung!« Alkestis nahm ihm die Augenbinde ab. Der König sah seine vier Töchter vor einem Topf mit kochendem Wasser stehen. Jede von ihnen grinste und hielt ein Messer. »Ähm, Mädchen?« »Alles Gute zum Geburtstag!« Die Prinzessinnen fielen über ihren Vater her und hackten ihn in Stücke. Sie warfen ihn in den Topf mit den Kräutern und Gewürzen und warteten darauf, dass er jung und stark daraus hervorsprang. Aber stattdessen hatten sie lediglich einen Pelias-Eintopf gemacht. Als sie merkten, dass sie reingelegt worden waren, heulten und kreischten sie. Sie erzählten jedem, dass Medea sie auf die Idee gebracht hatte. Da in Iolkos niemand Medea mochte, wendeten sie sich alle gegen sie. Jason war entsetzt. Er versuchte, sich von seiner Frau zu distanzieren. Er schwor, dass er mit diesem Komplott nichts zu tun hatte. Aber es war zu spät. Niemand unterstützte die Idee, dass Jason König werden sollte, nach dem, was seine Frau getan hatte. Er und Medea waren gezwungen, aus der Stadt zu fliehen, wenn sie nicht von einer wütenden Meute gelüncht werden wollten. Jason verstand endlich seinen Traum. Er hatte die Stadt geeint, indem er das goldene Vlies zurückbrachte. Er hatte die Stadt gegen ihn vereint. Akastos, Pelias Sohn, wurde König. Jason und Medea wurde in Korinth Asyl gewährt, denn König Creon dort war ein großer Fan der Agonauten-Abenteuer. Er glaubte tatsächlich an Jasons Unschuld bei dem berüchtigten Kochtopf-Skandal. Jason und Medea hatten zwei Kinder. Beides niedliche Jungen. Medea baute ihr geheimes Labor wieder auf und braute Tränke und Zaubersprüche für die Einwohner. Die Leute in Korinth waren netter zu ihr, aber auch sie fanden sie gruselig. Das wurde auch nicht besser, als Medeas Großvater Helios ihr zum Geburtstag einen neuen Streitwagen schenkte. Warum Helios geglaubt hat, das wäre eine gute Idee, keine Ahnung, aber dieser magische Wagen wurde mit einem Gespann zweier Drachen geliefert. Medea flog damit überall hin, selbst zum Supermarkt um die Ecke oder wenn sie ihre Söhne zum Fußballtraining brachte und das machte die Korinther wirklich nervös. Niemand nannte sie die Mutter der Drachen. Niemandem war danach. Was Jason anging, er wurde König Creons bester General. Die königliche Familie fand ihn toll, aber der König konnte sehen, dass Jason im tiefsten Inneren unglücklich war. Mein Junge, sagte Creon, es ist offensichtlich, dass deine Zauberin-Frau dir Kummer macht. Du kannst sie unmöglich lieben. Sie hat dich dein Königreich gekostet. Sie ist noch nicht mal Griechin. Du musst dich von ihr abwenden. Heirate meine Tochter, Creuser. Ich werde dich zu meinem Erben ernennen und du wirst König werden, wie es vorgesehen war. Die ersten paar Male, als der König das anbot, lehnte Jason ab. Er hatte Medea schließlich ein Versprechen gegeben. Aber nach ein paar Monaten wurde er schwach. Er fand Gründe, um zu rechtfertigen, was er wollte. Lustig, wie die Leute das immer hinkriegen. Ach, es wäre doch auch besser für Medea, dachte er. Ich kann ihr gute Alimente und Kindergeld zahlen. Sie kann jemanden heiraten, der besser zu ihr passt. Einen Hexenmeister oder Mörder oder sowas. Schließlich unterschrieb er den Deal mit König Creon. Ein Hochzeitstermin wurde angesetzt. Jason redete sich ein, dass Medea glücklich und erleichtert sein würde. Er kam mit einem Grinsen im Gesicht nach Hause und erklärte ihr die Lage. Er trug vor, wie und warum es eigentlich zu ihrer beider besten wäre. Ich verstehe. Medeas Stimme war wie Permafrost. Und du wirst deine Meinung nicht ändern. Nein, denke nicht. Aber hey, dir und den Jungs wird es an nichts fehlen. Ich hoffe auch, ihr kommt alle zur Hochzeit. Oh, auf jeden Fall, sagte Medea. Ich werde deiner Frau sogar ein Geschenk machen. Wow, danke, dass du so cool damit umgehst. Was nur wieder zeigt, dass Jason seine Frau überhaupt nicht kannte. Medea schickte Prinzessin Creuser ein vergiftetes Hochzeitskleid. Sie probierte es sofort an und begann zu qualmen und zu schreien. Sie rannte durch die Hallen, ihre Haut warf Blasen und ihre Arme standen in Flammen. König Creon versuchte ihr zu helfen, aber er verfing sich im Kleid, sodass Vater und Tochter zusammen unter Todesqualen starben. Als Jason davon hörte, rannte er heim und brüllte, Medea, was hast du getan? Ihm folgte eine Meute wütender Korinther mit Fackeln und Mistgabeln, aber sie waren nicht auf seiner Seite. Jason platzte durch die Tür und sein Herz explodierte fast. Seine zwei Söhne lagen tot auf dem Boden. Medea stand mit einem Messer über sie gebeugt. Unsere Jungs, schluchzte Jason. Warum? Sie haben nichts getan. Es ist deine Schuld, knurrte Medea. Du wärst ein Nichts ohne mich. Ich hab für dich meine Heimat verraten. Ich hab alles für dich gemacht. Du hast bei allen Göttern geschworen, mich immer zu lieben und hast dein Versprechen gebrochen. Ich will, dass du leidest, Jason. Ich werde dir alles nehmen, das dir etwas bedeutet. Tschüss, mein Ex-Mann. Ich hoffe, du stirbst allein und elend. Bevor Jason wieder zu Sinnen kam, sprang Medea auf ihren drachengetriebenen Streitwagen und flog davon. Jason hatte nicht mal Zeit, seine Kinder zu begraben, bevor der Lünchmob sein Haus erreichte und er gezwungen war, aus Korinth zu fliehen. Medea flog nach Athen, wo sie eine Reihe neuer Abenteuer als Theseus' Stiefmutter hatte. Später ist sie nach Kolchis zurückgekehrt. Sie fand heraus, dass ihr Vater Aetis gestorben war und übernahm dort den Thron. Warum die Kolcher sie zurückhaben wollten, keine Ahnung. Vielleicht hatte sie bewiesen, dass sie genau die Art von Königin war, die sie brauchten. Was Jason angeht, er wanderte allein und elend durch Griechenland. Schließlich kehrte er als alter und verkrüppelter, ergrauter Mann nach Iolkos zurück, wo ihn niemand mehr erkannte. Die Argo verrottete dort im Hafen. Das Schiff war einst der ganze Stolz der Stadt gewesen, eine Erinnerung an ihren größten Helden. Aber seit der Sache mit Medea wollte niemand mehr über die Argonauten oder Jason oder das goldene Vlies reden, das in einem Vorratskeller im Palast versauerte. Die Argo hatte einen miesen Ruf. Sie war den Vandalen und Graffiti-Künstlern überlassen worden. Jason kroch an Bord und legte sich unter die magische Galleonsfigur. Du bist mein letzter Freund, sagte er dem Schiff. Du verstehst mich. Aber das magische Holz aus Dodona hatte vor Jahren schon aufgehört zu reden. In jener Nacht, als Jason schlief, foulte die Figur durch, fiel Jason auf den Kopf und tötete ihn. Und so geriet das Argonauten-Dream-Team in Vergessenheit. Ihre Mission war umsonst gewesen. Ihr großer Anführer, Jason, starb allein und verachtet. Und wenn das kein Superende für dieses Buch ist, dann weiß ich auch nicht. Da will man doch gleich losziehen und selbst ein griechischer Held werden, oder nicht? Wenigstens haben wir hier ein paar wichtige Dinge auf dem Weg gelernt. Wie zum Beispiel, setzt eure Kinder nicht in der Wildnis aus. Macht nicht in einem Tempel der Götter rum. Haltet eure verdammten Versprechen oder lebt mit den Konsequenzen. Und am wichtigsten, geht Hera um Himmels Willen aus dem Weg. Aber wie ich euch vor Jahren schon gesagt habe, dieses Halbgott-Dasein ist gefährlich. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. ich sie mir das Schritt.